Und wenn sie ankommen, öffnen die Türen von Jannah. Die Engel stehen, um sie zu begrüßen. Und was sagen zu ihnen die Engel? Was denkt ihr ist das Erste, was die Menschen hören werden? Salam, Friede, das ist nämlich das, wonach wir alle suchen. Wir sind auf der Suche nach dem ewigen Frieden in unseren Herzen, in unserem Leben, in unseren Gefühlen, in unseren Ohren, in dem, was wir sehen. Und das ist das Erste Wort, mit dem uns die Engel begegnen. Assalamu alaikum, Friede sei mit euch. Oh, wie rein und wundervoll du bist. Komm herein. Meine Geschwister im Islam, ich möchte den Moment beschreiben, wenn du gerade dabei bist, Jannah zu betreten und wenn du inshallah in Jannah eintrittst. Im Tafsir über authentische Ahadith steht, du erreichst die Tore von Jannah. Aber du trittst nicht sofort herein, denn wer wird Jannah eröffnen? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und er nimmt den Ring, den Ring dieser gewaltigen, riesigen Tür. Eine Tür, vermutlich viele Kilometer breit, denn Allahs Tür zu Jannah ist sehr, sehr breit. Und seine Großzügigkeit ist immens. Der Erste, der an die Tür klopfen wird, ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und die Wache hinter der Tür, der Engel wird fragen, wer ist da? Und er sallallahu alaihi wa sallam wird voller Demut sagen, Anna Muhammad, ich bin Muhammad. Und der Engel wird darauf sagen, mir wurde befroren, die Tür niemanden außer dir zu öffnen. Und die Tür öffnet sich. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist der Privilegierte. Meine Geschwister, stellt euch nur vor, ihr wäret in der ersten Gruppe, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam eintritt. Nun die anderen Menschen, die in der Schlange warten, sie warten vor der Tür und es entsteht eine große Menge, obwohl die Tür zu Jannah sehr, sehr breit ist. Die Menschen wollen hereinströmen. Das Erste, was du bekommst, während du am jüngsten Tag wartest, ist Wein gemischt mit Ingwer, um deinen Durst zu stehlen, während du darauf wartest, in Jannah einzutreten. Und du bist mit diesen wunderschönen Menschen, mit erleuchteten Gesichtern. Alle lachen, alle sind fröhlich, alle sagen dir, lies mein Buch und du antwortest, lies meines. Seht her, mein Buch, seht, was ich getan habe. Allah subhanahu wa ta'ala hat alle Sünden weggewischt. Niemand kennt sie. Sie sind ein Geheimnis zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Und du beginnst mit deinem Buch zu prallen, aus Freude heraus. Und niemand empfindet Neid an diesem Tag. Die Gefühle beginnen sich zu verändern, weil Allah im Koran sagt, wir werden aus ihren Herzen jedes schlechte Gefühl nehmen. Kein Neid, kein Hass, keine Eifersucht, kein Wettbewerb, nichts davon. Und jeder ist darüber glücklich. Jeder freut sich für den anderen. So dann beginnt der Eintritt. Du wirst bei deinem Namen gerufen. Jeder wird einzeln aufgerufen. Und einer nach dem anderen betritt Jannah. Du wirst bei den schönsten Namen gerufen, die du in dieser Welt getragen hast. Und beim Namen deines Vaters, mit den schönsten Namen. Nachdem du in Jannah eintrittst, verlierst du dich in seiner Schönheit, in dem, was du siehst, was du hörst, wenn du triffst, und jeder eilt zu seinem eigenen Palast, zu seinem Besitz. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, berichtet uns im Sahih Hadith. Jeder Mensch wird zu seinem Palast und seinem Besitz gehen und er wird genau wissen, wo sein Haus steht. Genauso gut, wie er sein Haus in diesem Leben kannte. Allah lässt dein Herz genau wissen, wo dein Haus steht. Du kennst es, da es dir gehört. Und jeder ist verblüfft und möchte sein Haus sehen, möchte die Engel sehen, möchte sehen, was Allah für ihn vorbereitet hat, was er, subhanahu wa ta'ala, für uns bereithält. Untertitelung des ZDF für funk, 2017